Und mit dieser absolut genialen und einfachen Methode könnt ihr es schaffen, 50 Euro pro Stunde seriös zu verdienen. Verdiene 50 Euro pro Stunde mit dieser genialen Methode. Herzlich willkommen zum neuen Video. In diesem Video werde ich dir meine Möglichkeit vorstellen, mit der man aktuell sehr gutes Geld, 50 Euro pro Stunde oder sogar mehr, verdienen kann. Bleib also dran und schau dir das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Du wirst es auf keinen Fall bereuen. Der durchschnittliche Stundenlohn liegt in Deutschland bei ungefähr 19,38 Euro. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht, aber da geht natürlich deutlich mehr. In diesem Video werde ich dir meine Methode vorstellen, mit der man es schaffen kann, tatsächlich 50 Euro pro Stunde, also mehr als doppelt so viel zu verdienen. Jetzt werden wir uns einmal anschauen, was das in der Praxis bedeutet. Das heißt, wir werden uns jetzt einmal anschauen, wenn wir jetzt hier vom normalen durchschnittlichen Stundenlohn ausgehen, Das heißt, in diesem Fall ungefähr 20 Euro und dann ganz normaler Arbeitstag, also mal 8 Stunden, hätte man an einem Tag 160 Euro verdienen. Natürlich ist das hier bezogen auf den Netto-Stundenlohn. Das heißt, 160 Euro pro Tag ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Wenn wir das jetzt mal auf eine Woche hochrechnen, also 5 Tage mal 5, wäre man dann eben bei 800 Euro pro Woche und das Ganze dann mal 4, weil wir natürlich 4 Wochen im Monat haben, hätte man im Prinzip dann hier 3200 Euro verdient. Ist natürlich gar nicht mal so schlecht, ganz klar, aber jetzt schauen wir uns mal an, was es bedeuten würde, wenn man eben 50 Euro pro Stunde verdienen würde. Und das sieht natürlich dann schon anders aus. Das heißt, 50 Euro pro Stunde mal 8 für einen ganz normalen Arbeitstag von 8 Stunden, hätte man schon 400 Euro pro Tag verdient. Und das Ganze jetzt noch mal 5, also natürlich eine Woche, Wochenende berechnen wir jetzt nicht mit ein, also mal 5, hätten wir dann hier schon 2000 Euro pro Woche. Und jetzt natürlich nochmal auf den Monat hochgerechnet, also nochmal mal 4, dann hätte man schon 8000 Euro pro Monat verdient. Und im Vergleich dazu mit einem Stundenlohn von 20 Euro, haben wir eben gesehen, hatte man gerade mal 3200 Euro. Also seht ihr, das Ganze macht einen Extremunterschied. Jetzt können wir uns das Ganze ja nochmal im Jahr anschauen. Das heißt, das ist ja 8000 Euro hier. Diese 8000 Euro sind ja auf den Monat gerechnet, also mal natürlich 12. Für 12 Monate sind wir hier bei knapp 96.000 Euro pro Jahr. Und wenn wir hier von 20 Euro Stundenlohn ausgehen, also 3200 Euro pro Monat, 3200 Euro pro Monat mal 12, dann wäre man da dementsprechend in Anführungszeichen nur bei 38.400 Euro. Deswegen lohnt es sich natürlich deutlich mehr, 50 Euro pro Stunde zu verdienen. Ist natürlich auch logisch, aber dieses Beispiel dieser Rechnung sollte es nochmal verdeutlichen, was das Ganze für einen Unterschied macht, auch auf einen längeren Zeitraum. Und jetzt schauen wir uns die Methode mal im Detail an. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du auch in Zukunft Geld im Internet verdienen willst, auf seriöse Art und Weise, kannst du gerne den Kanal hier komplett kostenlos abonnieren und die Klack aktivieren. Dann bist du mal auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir dabei helfen, neue Einnahmequellen im Internet aufzubauen. Heute haben wir eben ein extrem spannendes Thema, und zwar wie man es schaffen kann, 50 Euro pro Stunde zu verdienen mit einer seriösen Seite. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. So, bevor ich euch gleich die Plattform zeige, bei der ihr 50 Euro pro Stunde verdienen könnt, nochmal ein kurzer Hinweis. Und zwar, es gibt aktuell bei der Plattform SurveyLama wieder freie Plätze. Und zwar, was könnt ihr hier machen? Ihr könnt hier mit ganz einfachen Umfragen bis zu 30 Euro pro Umfrage und insgesamt bis zu 300 Euro pro Monat verdienen. Und hier könnt ihr euch eben aktuell wieder kostenlos anmelden. Ich habe euch die Seite mal in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe diese Seite übrigens noch nie gezeigt hier auf dem Kanal. Also für alle, die nebenbei ein bisschen was dazu verdienen wollen, eben 300 Euro pro Monat, schaut euch das Ganze gerne an. Ich habe euch die Seite, wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinkt. Da meldet ihr euch hier komplett kostenlos an. Das Ganze läuft dann folgendermaßen ab. Ihr registriert euch komplett kostenlos. Habe ich euch natürlich in der Videobeschreibung die Seite verlinkt. SurveyLama. Dann aktiviert ihr euren Account, indem ihr eben die E-Mail bestätigt. Dann müsst ihr ein paar Infos ausfüllen und könnt auch schon dann die Belohnung verdienen. Das Ganze bekommt ihr natürlich direkt aufs Konto. Und ja, damit könnt ihr nebenbei sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und jetzt zeige ich euch die Seite, mit der ihr auch 50 Euro pro Stunde verdienen könnt. So, und zwar starten wir heute mal mit der Plattform FreelancerMap. FreelancerMap.de ist eine absolut seriöse Seite. Wurde auch jetzt hier in den letzten Jahren schon mehrfach vom Fokus ausgezeichnet. Und ja, die Plattform arbeitet ja auch zum Beispiel natürlich mit dem Handelsblatt oder auch zum Beispiel mit der Frankfurter Allgemeine zusammen. Und natürlich schauen wir uns hier an, welche Plattform bzw. welche Firma steckt denn dahinter. Und dazu gehen wir natürlich einmal aufs Impressum, um das Ganze zu prüfen. Und hier steckt wirklich eine seriöse Firma dahinter und zwar die FreelancerMap GmbH aus Nürnberg, also auch aus Deutschland. Und hier habt ihr auch ganz klar deutsche Ansprechpartner, also 100%ig seriöse Plattform. Das ist mir natürlich ganz wichtig, wenn ich euch hier Methoden zum Online-Geldverdienen vorstelle. So, und auf dieser Plattform könnt ihr eben sehr, sehr gutes Geld verdienen. Die ist auch schon seit über 17 Jahren verfügbar. Und ja, hier könnt ihr eben zahlreiche Aufträge bekommen und auch sehr, sehr gutes Geld verdienen. Das heißt, es gibt hier sehr, sehr viele verschiedene Bereiche. Das heißt hier zum Beispiel Beratung, Dokumentation etc. Aber ich werde in diesem Video mal einen speziellen Bereich raussuchen. So, und zwar hier als Beispiel habe ich jetzt mal den Bereich Lektorat rausgeholt, weil hier verdient man eben genau diese 50 Euro pro Stunde. Und das ist auch bewiesen, weil das errechnet sich eben aus den Ergebnissen der ganzen Leute, die hier bisher in diesem Bereich gearbeitet haben. Und das ist eben der Durchschnittswert. Also der durchschnittliche Stundensatz für Freelancer beträgt im Bereich Lektorat 50 Euro pro Stunde. Jetzt werden einige vielleicht denken, okay, was ist denn dieses ganze Thema Lektorieren, Lektorat? Was bedeutet das? Und das bedeutet eben, vereinfacht gesagt, dass man Texte einmal korrigiert und eben vielleicht anpasst. Zum Beispiel hat ein Text und da ist zum Beispiel ein Wort doppelt drin oder dreifach drin. Dann tauscht man zum Beispiel dieses Wort, das dreimal drin ist, durch ein anderes Wort aus, damit der Text einfach besser klingt. Und das ist eben im Prinzip, vereinfacht gesagt, ein Lektorat. Und ja, das kann man hier eben, beziehungsweise in diesem Bereich kann man hier eben sehr, sehr gut arbeiten. Und hier gibt es auch zahlreiche Leute, die aktuell in Deutschland das Ganze anbieten. Zum Beispiel hier diesen Anbieter hier aus Berlin, diese Anbieterin aus Kiel und so weiter und so fort. Und im Prinzip kann man sich hier registrieren und dann auch hier in diesem Bereich seine Dienstleistung anbieten. Jetzt werden natürlich einige verständlicherweise sagen, okay, ich habe aber gar keine Erfahrung in dem Bereich. Und das ist wie gesagt jetzt nur ein Beispiel hier und ich werde euch natürlich noch eine Methode in diesem Video zeigen, mit der ihr das Ganze machen könnt, ohne wirkliche Erfahrung in dem Bereich zu haben. Aber natürlich könnt ihr euch hier auch das Ganze nach der Region, nach der Stadt, nach dem Stundensatz etc. sortieren. Ja, der Bereich Lektorat ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Ihr könnt natürlich auch so vorgehen, dass ihr einfach eure Stärken hier einmal eintragt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt nicht nur Texte korrigieren wollt, sondern auch Texte selbst schreiben wollt, geben wir einfach mal Text ein. Dann schauen wir uns die Ergebnisse einmal an. Und da sehen wir auch schon im Bereich Text, also zum Beispiel selbst Texte schreiben etc. kriegt man schon 60 Euro pro Stunde. Und so könnt ihr mal mit der Plattform ein bisschen rumspielen und analysieren, okay, in welchem Bereich, beziehungsweise welcher Bereich passt zu euren Stärken. Das heißt, ihr gebt hier einfach eure Stärken einmal ein und informiert euch dann einmal, in welchem Bereich ihr hier aktuell am besten was verdienen könnt. Aber natürlich werde ich euch in diesem Video nochmal speziell zum Thema Lektorat etwas sagen, weil ich da aktuell sehr, sehr viel Potenzial sehe und weil ich gleich nochmal eine andere Plattform zeigen werde, mit der ihr das Ganze sehr, sehr gut machen könnt. So, und zwar sind wir jetzt mal wieder auf einer unserer klassischen Plattformen hier auf dem Kanal und zwar auf Fiverr. Und hier sehen wir schon im Bereich Lektorieren gibt es hier auch zahlreiche Dienstleister, die das Ganze sogar noch günstiger anbieten. Das heißt hier, ich werde ausgezeichnete Korrektur lesen und ein Lektorat anbieten für gerade mal 4,88 Euro oder 9,77 Euro. Zum Beispiel, ich lese und bearbeite bis zu 1000 Wörter in 24 Stunden, 9,77 Euro. Und das ist natürlich eine super Sache. Das heißt, ihr könnt da vereinfacht gesagt so vorgehen. Wenn ihr jetzt auf der anderen Seite, also auf freelancermap.de, einen Auftrag bekommt mit beispielsweise 1000 Wörtern und ihr diesen Auftrag zum Beispiel in einer Stunde oder in zwei Stunden abarbeitet, das heißt, ihr würdet dann entweder 50 oder 100 Euro verdienen, dann könnt ihr im Prinzip diesen Auftrag an diese Person hier weiterleiten. Die macht das Ganze für 10 Euro fertig, dann schickt ihr diesen Auftrag einfach wieder zurück. Würde dann, wenn ihr das Ganze in einer Stunde macht, beispielsweise dann eben 40 Euro verdienen. Ganz klar, bevor jetzt die Kommentare kommen, ihr könnt natürlich ganz offen und ehrlich mit dem Auftraggeber kommunizieren, okay, ich bin ein Zwischenhändler, ich leite den Auftrag weiter und lasse den hier von einem anderen Anbieter professionell abarbeiten. In diesem Fall wäre hier dieser Anbieter tatsächlich eine sehr, sehr gute Wahl. Das heißt hier über 1000 Bewertungen schon mit 5 Sternen, also das ist wirklich eine Top-Leistung. Das heißt, ich würde hier aktuell auch zu diesem Anbieter hier beispielsweise tendieren. Und hier ist es genauso. Das heißt, ihr sprecht hier ganz offen und ehrlich mit den Leuten hier auf Fiverr, könnt ihr vorher natürlich ins Gespräch kommen, dass ihr dann sagt, okay, ich möchte deine Dienstleistung gerne in Anspruch nehmen und es ist okay für dich, wenn ich dann deine Dienstleistung bzw. deine bewerteten und verbesserten Texte weiterreiche. Und dann werdet ihr natürlich ganz klar die Antwort bekommen. Ihr könnt euch das auch noch schriftlich bestätigen lassen und das ist hundertprozentig legal, wenn ihr eben ganz klar vorher angebt, dass ihr hier diesen Auftrag dann weitergebt und auf der anderen Plattform eben dann den Auftrag, die diese Person hier für euch erledigt hat, dass ihr den dann eben weiterreicht und dementsprechend den Auftrag vermittelt. Also auch im Fachjargon, sage ich mal so, Flipping nennt man das Ganze und ja, dann könnt ihr mit dieser Methode sehr, sehr gut Geld verdienen, ohne im Prinzip selbst etwas tun zu müssen. So, jetzt nochmal ein ganz wichtiges Thema und zwar das Thema Gewerbe. Viele Leute stellen sich immer die Frage, okay, kann man denn nur online Geld verdienen, wenn man wirklich ein Gewerbe hat? Und dazu kann ich sagen, nein, man kann auch komplett ohne ein Gewerbe online Geld verdienen. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und zwar, ihr könnt auch mit der sogenannten Autocopy-Methode komplett passiv im Schlaf Geld verdienen und das Ganze auch noch komplett ohne Gewerbe. Einige Leute, die meine Videos länger verfolgen, werden diese Methode auch schon kennen. Für alle, die die Methode noch nicht kennen, ich habe euch die Seite natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Und zwar, ihr meldet euch hier komplett kostenlos an, erstellt hier einen Account. Und wie gesagt, alles innerhalb von wenigen Minuten kostenfrei möglich. Und dann habt ihr hier dann eben ein Konto. Und dann läuft es eben so ab, ihr habt hier auf der Plattform verschiedene Trader, die zum Beispiel mit Aktien handeln oder eben mit anderen Werten handeln. Und dann läuft es so ab, hier haben wir zum Beispiel einen Trader. Und dieser Trader macht zum Beispiel mit dem Handel von Aktien Gewinn, beispielsweise 20 Euro, indem wir eine Aktie für 100 Euro einkaufen, für 120 Euro weiterverkaufen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, diesen Trader mit einem einzigen Klick auf Autocopy zu kopieren. Und dann bekommt ihr die genau gleichen Ergebnisse bei euch im Konto gutgeschrieben. Das Ganze funktioniert tatsächlich. Ich habe mir zuletzt wieder 500 Euro auszahlen lassen, direkt aufs Konto. Das Ganze kam tatsächlich innerhalb von 24 Stunden an. Für alle, die dazu nähere Infos haben wollen, habe ich hier oben nochmal ein Video verlinkt. Oder ihr könnt euch einfach hier mit dem Link in der Videobeschreibung kostenlos anmelden bei der Plattform. Und das Ganze gerne selbst einmal testen. Weil hier könnt ihr eben komplett ohne Gewerbe auch Online-Geld verdienen. Jetzt zeige ich euch natürlich nochmal ganz genau, wie ihr euch hier bei Freelancer-Map anmelden könnt und was ihr alles beachten müsst. Um hier auf Freelancer-Map.de starten zu können, klickt ihr hier einmal oben auf Registrieren. Da öffnet sich schon die nächste Seite. So, hier ist eben der große Vorteil, dass hier auch dauerhaft neue Projekte reinkommen. Das heißt, mehr als 4000 neue Aufträge pro Woche. Also da sollte auf jeden Fall für jeden etwas dabei sein. Das Ganze ist natürlich auch schon seit 2005 auf dem Markt. Das heißt, ihr klickt hier auf Auftragnehmer, könnt dann auch nochmal den Lebenslauf hochladen in gerade einmal 30 Sekunden und könnt dann hier nochmal natürlich eure Daten ausfüllen und das Benutzerkonto anlegen. Dann legt ihr hier eben auf der Plattform freelancer-map.de einen Auftrag, beispielsweise im Bereich Lektorat oder natürlich auch in anderen Bereichen an. Könnt dann den Auftrag natürlich selbst bearbeiten, wenn ihr dann gebucht werdet oder ihr gebt den Auftrag einfach weiter. Kommuniziert das natürlich auch mit dem Auftraggeber und dann könnt ihr dementsprechend sehr, sehr gutes Geld damit verdienen. Auf Fiverr ist es ähnlich, habe ich euch natürlich auch den Link in die Videobeschreibung gepackt, denn dort bekommt ihr aktuell auch 10% Rabatt auf eure allererste Bestellung. Das heißt, wenn hier zum Beispiel ihr auf der anderen Plattform, hatte ich ja eben schon gesagt, einen Auftrag für 50 Euro einstellt und den Auftrag dann hier eben beispielsweise für 10 Euro bearbeiten lasst, dann würdet ihr statt 10 Euro nur 9 Euro zahlen. Wenn ihr hier einen Auftrag von 100 Euro bearbeiten lasst, dann würdet ihr statt 100 Euro nur 90 Euro zahlen und so weiter und so fort. Das heißt, hier bekommt ihr mit dem Link in der Beschreibung so nochmal 10% Rabatt. Das heißt, hier klickt ihr einfach auf die E-Mail, klickt auf weiter und könnt euch dann komplett kostenlos bei Fiverr anmelden. Ja, eine wichtige Frage, die natürlich sich viele Leute stellen, ist, braucht man für diese ganze Methode hier ein Gewerbe und wie sieht das mit den Steuern aus? Und dazu haben wir natürlich auch eine Lösung für euch vorbereitet. Und zwar solltet ihr natürlich beim ganzen Thema Steuern, Gewerbe, Finanzamt keinerlei Fehler machen. Gerade auch in Deutschland kann das eben richtig teuer werden. Deswegen achtet da wirklich drauf, dass ihr euer Gewerbe richtig anmeldet. In diesem Sinne natürlich auch die Antwort, ja, ihr braucht, wenn ihr langfristig online Geld verdienen wollt, auf jeden Fall ein Gewerbe. Aber das ist auch nicht sonderlich schlimm. Warum? Weil man ein Gewerbe wirklich in relativ kurzer Zeit anmelden kann. Natürlich sollte man es richtig anmelden und deswegen haben wir hier aktuell in unserem Online-Programm auf teamleon.de ein komplettes Modul zu dem ganzen Thema Steuern, Gewerbe, Finanzamt, dass ihr da alles richtig anmeldet. Weil beim Thema Online-Geldverdienen ist es ein bisschen knifflig hier und da, da sollte man keine Fehler machen. Deswegen schaut euch das Ganze gerne an. Zusätzlich bekommt ihr da über 20 verschiedene Wege zum Online-Geldverdienen, mit denen wir schon zwischen 10.000 bis sogar 100.000 Euro online verdient haben und das Ganze auch nachweisen könnt. Ihr könnt das Ganze auch am Handy machen und es ist 100%ig anonym möglich. Das heißt, ihr könnt euch hiermit neue Einnahmequellen, die auch natürlich seriös sind, im Internet aufbauen, ohne dass jemand davon weiß. Das heißt, ihr könnt das Ganze komplett im Hintergrund machen. Und das Beste ist, ihr könnt jetzt aktuell auch schon für 2 Euro starten, könnt dann schon die ersten Einnahmequellen aufbauen, bekommt Zugriff auf über 85 Videos und 11 Stunden Videolaufzeit. Das Ganze ist wirklich zu dem Preis unvergleichlich aktuell im deutschen Markt. Und ja, schaut euch das Ganze gerne an. Link dazu in der Videobeschreibung oder auf teamleon.de. Wir würden uns sehr freuen, euch mit im Kurs dabei zu haben. In diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wie gesagt, gerne einen Daumen hoch geben und dieses Video auch gerne an Freunde weiterschicken, die auch Online-Geld verdienen wollen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.